Tel Aviv, eine der pulsierendsten Städte der Welt. Religion spielt hier an der israelischen Mittelmeerküste keine große Rolle. 70 Kilometer weiter südlich, Gewalt zwischen Palästinensern und Israelis. 70 Jahre nach der Staatsgründung Israels 1948. Warum findet Israel keinen Frieden? Weil es nicht nur Tel Aviv, sondern auch Jerusalem gibt. Ein heiliger Ort. Für Christen, die glauben, hier sei Jesus gekreuzigt worden. Für Muslime, die glauben, hier sei Mohammed in den Himmel aufgestiegen. Und Juden. Die Klagemauer am Tempelberg in Jerusalem glauben Juden seit mehr als 2000 Jahren, ist der Ort, an dem sie mit Gott in Kontakt treten können. Um die Konflikte in Israel verstehen zu können, muss man also in die Vergangenheit reisen. Bereits vor Christi Geburt hatten Juden rund um Jerusalem ein Königreich. Israel. Vertrieben wurden sie von den Römern. Immer wieder wurden Juden seitdem verfolgt. Als Verräter Christi etwa im Mittelalter oder später um 1900. Bereits vor Hitlers Machtergreifung macht sich Judenhass in Europa breit. Und vielerorts gibt es Hetze, Plünderung, Vergewaltigung, Morde. Immer mehr Juden wünschen sich einen eigenen Staat als Zufluchtsort. Jerusalem ist zu diesem Zeitpunkt noch Teil des großen Osmanischen Reichs. Dieses Reich gehört neben Deutschland zu den Verlierern des Ersten Weltkriegs. Großbritannien als Besatzungsmacht verspricht Juden, sie beim Aufbau eines eigenen Staates zu unterstützen. Macht aber auch Arabern Hoffnung, die Region könne Teil eines großarabischen Reiches werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg beschließen die Vereinten Nationen eine Teilung des umstrittenen Landes. Palästinenser wie Juden im blauen Gebiet sollen hier eine Heimat finden. Nach dem Holocaust will die Staatengemeinschaft den Juden nicht länger einen eigenen Staat verwehren. Jerusalem soll international verwaltet werden. Die Juden sind einverstanden. Arabische Anführer nicht. Sie wollen das Land für sich allein. Am 14. Mai 1948 ruft der jüdische Politiker David Ben-Gurion den israelischen Staat aus. Mächtige Länder wie die USA oder die Sowjetunion erkennen Israel an. Sofort greifen arabische Länder an. Doch Israels Staatsgründer sind vorbereitet. Eine zuvor gebildete israelische Untergrundarmee schlägt die Araber zurück und vergrößert das Staatsgebiet Israels. Und die restlichen Palästinenser-Gebiete? Der Gazastreifen wird von Ägypten besetzt, das Westjordanland von Jordanien. Ungefähr 700.000 Araber verlieren ihre Heimat. Mehr als 700.000 Juden genauso durch Flucht oder Vertreibung aus arabischen Staaten. 1967 der nächste Krieg. Wieder gelingt es Israel, arabische Staaten zurückzudrängen. Israel besetzt das Westjordanland, die Golanhöhen, den Gazastreifen und den arabischen Osten Jerusalems. 1967 ein entscheidendes Jahr, warum Israel keinen Frieden findet. Die arabische Liga lehnt Friedensverhandlungen mit Israel ab. So wird Israel bis heute zur Besatzungsmacht. In den folgenden Jahrzehnten gibt es viele Konflikte. Palästinenser-Aufstände etwa, wie die erste Intifada Ende der 80er Jahre. Aber es gab auch Friedensverhandlungen und ein bisschen Frieden. Friedensverträge mit den Nachbarstaaten Ägypten und Jordanien. Dann das Jahr 2005. Israel räumt den eroberten Gazastreifen. Jüdische Siedlungen dort werden von der israelischen Armee abgerissen. Doch das bringt keinen Frieden. Seit 2007 wird Israel immer wieder aus dem Gazastreifen mit Raketen beschossen. Terroristen versuchen, durch Tunnel ins Land einzudringen. Für viele Israelis der Beweis, dass ein Frieden mit Palästinensern nicht möglich ist. Viele andere jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland hat Israel dagegen nicht geräumt. Nach internationalem Recht sind sie illegal. Für Palästinenser der Beweis, dass Israel ihnen keinen eigenen Staat zugestehen will. Und dann ist da ja auch noch Jerusalem, die Stadt, die beiden heilig ist. Die Stadt, die Palästinenser wie Israelis als Hauptstadt wollen. In Tel Aviv finden viele Menschen diese Diskussion befremdlich. Sie sagen, in Jerusalem wird gebetet, in Tel Aviv gefeiert und gelebt. Bloß diese Entspannung ist in der Konfliktregion nicht mehrheitsfähig. Israelis und Palästinenser, sie finden keinen Frieden.